Hallo, herzlich willkommen zum Stadtgespräch Böblingen hier aus unserem Studio Motorworld. Und hallo der neue HGH, Handels- und Gewerbevereinsvorsitzende Alex Stamm. Hallo. Herr Stamm, es ist noch nicht allzu lang her. Ich glaube, Ihre Hauptversammlung war im April plus minus und Sie sind dort als neue erste Kraft gewählt worden. Wie kam es zu dem Schwur? Also prinzipiell war ich drei Jahre schon im Verein als Beirat für Werbung und Eventmanagement. Und dann hat sich das ergeben, dass unser Vorsitzender, Leonard Leibfried, aus beruflichen und privaten Gründen sein Amt abgeben musste. Und dann geht man natürlich als Verein auf die Suche und schaut sich um und dann wird ein Stimmen laut, mach du das doch, du kannst das. Und dann hört man das einmal und sagt sich, Quatsch. Und das zweite und dritte Mal habe ich mir dann gedacht, soll ich? Und irgendwann ringt man sich durch, die Bewerber stehen nicht unbedingt Schlange und unser Verein ist gut und es macht Spaß, da zu arbeiten. Wir hatten ein hervorragendes Team und dann habe ich mir überlegt, das zu machen und dann kam es dazu. Sie sind ja im Vorstand auch noch mal ein bisschen umstrukturiert. Der Eberhard Hiller von der Weiler Hütte ist, glaube ich, ausgeschieden nach vielen Jahren, also aus dem Amt, so muss man sagen, und andere und haben da etwas neu umbesetzt. Wie ist die Konstellation für Sie selber, denn Sie sind ja da im Ehrenamt, aber sind Sie denn auch beruflich und vor allem auch privat in Holzgerlingen oder Holzgerlinger? Ich bin Holzgerlinger, ich arbeite als Grafikdesigner in Holzgerlingen, habe da mein Grafikbüro, macht natürlich vieles einfach, was den Verein anbelangt, weil Marketingarbeiten sind unser täglich Brot, Marketingveranstaltungen, gerade eben um unsere Mitglieder immer gut präsentieren zu können. Das ist so der Löwenanteil, wir haben das Punktekärtchen, wir haben unsere Veranstaltungen und das ist immer Marketingarbeit und deswegen passt das natürlich zu dem, was ich da mache, ganz gut. Sehr schön, also da schlägt man mit Ihnen mehrere Fliegen mit einer Klappe in dem Amt sozusagen. Sozusagen, genau. Der HGH ist seit 1986 gegründet. Jetzt sind Sie, Sie haben es ja gerade beschrieben, noch nicht so lange weder im Amt noch im Verein, aber vielleicht haben Sie trotzdem, solange Sie auch in Holzgerlingen sind, immer wieder den Verein beobachtet. Bei Aktivitäten, können Sie sich an die eine oder andere größere Geschichte erinnern, die der Verein eingeführt hat in Holzgerlingen, maßgeblich auch betreibt? Also kennengelernt habe ich persönlich den Verein tatsächlich durch die Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden. Der Holzgerlinger Herbst zum Beispiel ist seit Jahren unsere Hauptveranstaltung, die sehr erfolgreich läuft. Damit kombiniert die Herbstinspirationen, wo Unternehmer sich vorstellen können im Eventcharakter. Ich persönlich biete da zum Beispiel zusammen mit der Weiler Hütte ein Craft Beer Tasting an. Also es ist nicht immer unbedingt branchenüblich, was man da macht. Da gibt es keine Vorschriften. Das ist immer so, dass es für Besucher und Veranstalter und sprich Unternehmer eben ein gemütlicher, schöner Abend wird. Es wird informativ, aber auch manchmal einfach nur spannend. Und später kam dann natürlich das Wissen über den Verein hinzu. Ganz wichtig zum Beispiel 2015 hat der Verein für die Holzgerlinger Einzelhändler die Papiertüte eingeführt. Auf Initiative eines unserer Mitglieder kam der Wunsch eben, wir wollen keine Plastiktüten mehr haben. Und dann hat der Verein die Papiertüten eingeführt. Das war ganz spannend eigentlich zu sehen. Da haben sie ein bisschen Vorreiterrolle auch damals gehabt, denke ich, in den Kommunikieren. Genau, das gab es so in der Art noch gar nicht. Und da kam dann plötzlich, kam ein Laden und hat überall dieselbe, also die Betruchten... Das Tüdle quasi. Das Tüdle, genau. Das war natürlich designt, das war eine einheitliche Gestaltung. Was daher rührt, dass eben jeder Einzelhändler seine Bestellung machen konnte. Er braucht die Größen, die Formate, die Auflagen und dann hat man die gesammelt, bestellt. Also hier hat der Verein natürlich die organisatorische Funktion übernommen, die kommunikative Funktion übernommen. Und das war so ein Beispiel, wo ich auch als Bürger dachte, wow, toll, das ist ja spannend. Hier sind zukunftsweisende Projekte am Start, fand ich super. Damals habe ich mir noch nicht vorstellen können, da Mitglied zu werden und dann auch mitverantwortlich zu werden für solche Sachen. Aber das sind so Dinge. Oder legendäre Veranstaltungen wie 2007, das Stadtfest zum tausendjährigen Jubiläum. Erst gestern hatte ich auch wieder ein Treffen mit dem Eberhard Hiller, der immer noch als Grand-Seigneur mit Rat und Tat zur Seite steht. Und dann hat er mir erzählt, dass er 48 Veranstaltungen in diesem Jahr als Gastronom gemacht hat, nur im Zusammenhang mit dem Stadtfest. Plus die Dinge, die drumherum sind im Tagesgeschäft. Natürlich, die ganze Organisation und so weiter noch dazu und für den Laden halt. Wie groß ist der Verein heutzutage an Mitgliedern und wie bereit ist die Struktur? Wir haben ca. 150 Mitglieder. Das ist so ein ziemlich stabiler Wert. Und geleitet wird der Verein von acht Vorständen und Beiräten. Beiräte aus allen wichtigen Bereichen, Gastronomie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen und eben die Vorstände, die so ein Verein eben braucht. Und da sind wir gut aufgestellt, auch für die Zukunft. Der jüngste Mitglied ist 25, glaube ich, Mitte 20. Ja, der älteste 55. Also ist alles da, was man braucht. Okay, und Sie haben auch verschiedene Ziele oder eine Zielsetzung. Ich glaube, die ist auch in der Satzung aufgeführt, die Kaufkraft in der Stadt halten. Ja. Ein ganz enorm wichtiges Ziel, denke ich, für einen Gewerbeverein. Absolut. Wo sehen Sie heutzutage Einflüsse, die markant auf Sie einwirken, wo Sie versuchen, gegenzusteuern? Ganz klar ist für den Einzelhandel ein großer Mitbewerber das Internet. Das Internet ist jetzt vielleicht nicht immer nur Gefahr, manchmal auch Chance. Der größte Nachteil, den unsere Einzelhändler hier zum Beispiel haben, ist die Liefermöglichkeiten in einem gewissen Zeitrahmen. Und hier haben wir zusammen mit der Post zum Beispiel uns im letzten Jahr zusammengesetzt und Möglichkeiten erörtert. Wie können wir denn einen eigenen Lieferservice für unsere Händler zum Beispiel schaffen? Ja, solche Dinge. Oder natürlich das Punktekärtchen, Kaufkraft binden durch. Kann man gleich nochmal explizit drauf. Genau, Bundesaktionen. Aber auch Marketingaktionen, Unterstützungen, Veranstaltungen, die Leute eben ins Dorf oder in die Stadt zu bringen, bedeutet natürlich, dass die Leute sehen, wie groß ist das Angebot. Wie nett ist die persönliche Beratung. Die Vorteile eben hier deutlich machen. Da sind wir sehr stark, denke ich. Gerade eben durch den Holzgerlänge Herbst zum Beispiel. Gewerbe-Open ist so eine Veranstaltung, wo wir im Industriegebiet sind. Da kommt eben dann das Publikum zu den Handwerkern und zu den Industriebetrieben. Da können wir viel tun. Kommunikation ist hier das Stichwort. Und was es sonst noch für Ideen des neuen Vorstands gibt, gibt es da drauf. Liebe Zuschauer, freuen wir uns. Wir werden das gleich nach einer kurzen Pause hören. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen. Und willkommen zurück, Alex Stamm, HGH, Handels- und Gewerbevereinsvorsitzender aus Holzgerlingen. Sie hatten vorher schon das Stichwort Punktekertle genannt. Das ist ein Projekt, das im Vorstand bzw. im Gewerbeverein vor einigen Jahren begonnen wurde. Wie läuft es heutzutage auch im Zeitalter der digitalen Gutscheine? Hat man das mittlerweile eben auch digitalisiert? Oder wo stehen Sie heute mit der Akzeptanz und mit der Form des Punktekertle? Also derzeit haben wir 8.000 aktive Nutzer in Holzgerlingen. Wir sprechen von einer hundertprozentigen Haushaltsabdeckung. Also es ist mehr als ein Projekt, würde ich sagen. Wir haben aktuell die Digitalisierung intern abgeschlossen. Also früher war ja wirklich Datenspeicher Karte. Und wenn die Karte weg war, war alles andere auch weg. Mittlerweile sind wir da servermäßig ganz gut aufgestellt. Die Daten werden beim Einkauf eben übertragen. Das heißt, wenn die Karte mal weg ist, ist das kein Problem. Insofern sind wir auch digital. Es ist ein sehr großer Pflegeaufwand, den wir hier betreiben, um eben den Einzelhandel auch zu stärken und zu fördern. Wir haben derzeit 30 Akzeptanzstellen. Und bei 8.000 aktiven Nutzern geht da ganz schön was über den Tisch. Also die Akzeptanzstellen in einem Ort, in einer Stadt, die sind, glaube ich, schon relevant, damit es überhaupt von der Systematik funktioniert. Sie haben auf der anderen Seite auch eine fast Alleinstellung dahingehend, dass Sie Herausgeber einer Zeitung sind. Was steckt da dahinter? Das Marktblatt wird viele Jahre schon von Angelika Stäbler sehr gut in alleiniger Arbeit betreut, sprich redaktionell und Layout macht sie da alles. Das ist natürlich eine tolle Geschichte für Marketingmöglichkeiten. Wir haben hier eine Auflage von 10.500 Stück einmal im Monat. Einmal im Monat? Also quasi elf, zwölf Einheiten pro Jahr? Ja, Einheiten, Sommerferien haben wir keine, das sparen wir uns, da ist niemand da. Aber ansonsten tatsächlich monatliche Ausgabe. Und hier ist natürlich toll, dass wir direkt mit den Bürgern kommunizieren können. Also unsere Veranstaltungen genauso promoten können, wie unsere Unternehmer vorstellen können. Wir haben Unternehmer des Monats. Sowas wird natürlich digital auf Facebook etc. auch alles verarbeitet. Und das Marktblatt ist hier natürlich ein tolles Medium für uns, damit wir hier in direkten Kontakt mit den Haushalten auch sind. Denn genau das wollen wir ja machen, die Verbindung schaffen zwischen unseren Mitgliedern und den Haushalten. Okay, aber es ist in der Hauptsache immer noch das Papier, das man in den Haushalt bekommt. Natürlich, ja. Also als Grafikdesigner weiß ich ja um den Streit der Medien. Nach wie vor ist das Papier sehr wichtig. Es geht nicht ohne, es ist noch nicht so ausgestorben, wie viele behaupten in dem Fall. Natürlich unsere Website mit 800 Besuchen täglich ist ein sehr spannendes Thema. Auch hier sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben ein super Branchenbuch mit allen unseren Unternehmern, die aufgelistet werden. Wir haben hier einen Stellenmarkt jetzt gerade eingerichtet, der für unsere Mitglieder kostenlos ist, wo die Bürger auch mal schauen können, was gibt es an Jobs. Über die Website. Über die Website alles, ja. Das ergänzt sich natürlich und spielt immer miteinander. Ja, also Informationen kommen dann eben möglichst breit gefächert zum Verbraucher, zu den Bürgern, da wo sie sein sollen. Und quasi tagesaktuell offensichtlich, wenn Sie da so dran sind. Ja, natürlich. Eine Geschichte, die ja vorausläuft in 2020, ist das Stadtfest, das die Stadt dort wieder plant und initiiert. Aber natürlich unter Beteiligung auch das HGH. Gibt es da aus Ihrer Sicht daraus die eine oder andere Idee, die man einbringen möchte, neu? Also wir haben sehr viele Ideen eingebracht. Das Neue jetzt ist, dass wir, also natürlich, wir wiederbeleben das Seifenkistenrennen. Passt zum Ambiente hier ein bisschen, ja. Das gab es vor vielen Jahren schon mal und wir haben erkannt, dass es eine tolle Möglichkeit ist, alle Bürgerschichten, alle Altersgruppen, Schüler, Unternehmer etc. zusammenzubringen. Das wurde sehr gut aufgenommen, auch von der Stadt. Das wird jetzt umgesetzt mit vielen Vereinen zusammen. Wir haben zehn Vereine in der Kernorganisation. Wir haben 34 Vereine, die teilnehmen möchten. Mit mittlerweile 370 angemeldeten Helfern. Toi, 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 dass es auch so bleibt bis nächstes Jahr. Und die neue Idee hier ist, dass alle zusammenarbeiten. Dass wir eben ein gemeinsames Kassensystem, Finanzierungssystem hier aufbauen, damit wir die Chance haben, eben nicht nur Gastronomie anzubieten, sondern auch Event. Das ist für die Bürger, die Besucher natürlich viel spannender als fünf oder zehn Stände, wo rote Würste und Bier verkauft werden. Nichts gegen rote Würste und Bier. Aber eben die anderen Dinge wollen auch organisiert sein. Und da kommt sehr viel natürlich, sehr viel Input von uns auch, von den Vereinen. Sehr schön. Also ein großes Projekt läuft voraus. Herr Stamm, herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Informationen zum HGH. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Reinschauen. Heute bleiben Sie noch weiter bei uns im Programm. Und ansonsten kommende Woche wieder im Stadtgespräch, Herr Böblingen. Schönen Abend. 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 kickedinator şeyi todavía nie gehört von.